Der ApoRed, der hat eine richtig gute Idee. Experiment, einen Tag lang blind sein. Wir haben uns gedacht, sowas müssen wir auch mal machen. Wir haben ja unseren Freund Kruppel2go und wir machen jetzt das Experiment, einen Tag lang behindert sein. Hey Leute, ne? Ihr wisst gar nicht, wie hart das ist. Wir werden das jetzt erstmal rausfinden. Heute. Leute. Alter Digga, bist du bereit? Bist du bereit? Ich hab euch schon zu Angst. Soll ich jetzt einfach anfangen? Ja komm, wir machen jetzt einfach. Alter, ich muss erstmal lernen, geradeaus zu gehen. Jo Digga, ich geh jetzt zum Friseur. Ich versuch das jetzt einfach mal. Ja. Oh, das geht nicht. Ey, das ist echt super hart. Also ich weiß echt nicht, wie die das machen. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich krieg den jetzt auch nicht mehr zusammen. Ich hol mir jetzt was aus dem Kühlschrank. Alter Digga, ist echt super krass, wie du das durchhältst. Ich hab da richtig Respekt, ne? Ich weiß echt nicht, wie die das jeden Tag machen. Ich versuch jetzt, hier mal ein bisschen Milch zu trinken. Ich hab aber keine mehr. Ja. 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 Ja Ja. 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 Mein Zettel, mein Zettel. Mein Zettel, mein Zettel, mein Zettel. Ich würde so traurig... Digga, wie du das machst, ne? Ich glaube, ich kann nicht mehr. Was? Ist sicher? Ich glaube, ich werde aufhören. Alter. Es ist so anstrengend die ganze Zeit, diese Haltung. Auch jetzt gerade, ich schaff's einfach nicht mehr. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das mache. Es ist halt einfach... Bist du wirklich sicher? Also, es war echt ein krasses Experiment, aber Respekt an die Leute, die das jeden Tag machen. Dann stell dich jetzt mal normal wieder hin. Okay, Alter, ich versuch's. Boah, Alter, krass. Boah, das ist super krass. Das ist super krass. Alter, ich steh jetzt hier einfach. Ich spüre, wie du das auch durchgehalten hast, ne? Ich spür meine Beine wieder richtig. Also, es ist halt echt, es ist echt wieder, boah, Wahnsinn, ey. Das Licht, alles, ist alles anders. Oh, das ist wirklich Respekt, Digga, Digga, wirklich. Hast du richtig, also wirklich. Also, weißt du, ich bin ja jetzt auch wieder auf der Höhe. Vorher war ich ja immer so ein bisschen tiefer. Man merkt jetzt halt, ist ein ganz anderer Blick wegen der Höhe. Ja, ich hab das auch gemerkt, ist super anstrengend. Also, Leute, macht das wirklich bitte nicht zu Hause nach. Nee, wirklich nicht. Also, es ist echt super krass. Also, ich kann jetzt echt nachempfinden, wie das so ist. Aber gebt uns mal, also, Like-Button, ne? Ja. Wie viel, würde man sagen, 50.000? Ja. 50.000 sind drin, auf jeden Fall. Also, lasst mal ein Like da und wenn ihr auch so Respekt vor... Macht das nicht zu Hause nach. Auf keinen Fall nachmachen. Das ist echt super krass. Das ist echt krass. Okay. Aber liked bitte. Liked und dann kriegt ihr auch mal wieder so ein schönes Video. Ja, und abonniert Krüppel2go. Jetzt,��lich nervüst. Tschüss. 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 Bock EA. Honestly job ich, Rafael Schuhe. Tschüss. Vor �어 zu sein. Tschüss. Tschüss.